Ich war heute echt ein bisschen platt, deswegen habe ich mir nochmal einen Kaffee gemacht um diese späte Zeit. So, jetzt bin ich bereit. Okay. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und ich möchte dazu beitragen, das Schach populärer zu machen. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Diese Episode wird euch wieder präsentiert von DSSP, die Schulschachprofis und Topschach, dein Schachfachhändler. Mein heutiger Gast wurde 1986 geboren, stammt aus der Region Braunschweig und studierte Physik. Im Januar 2020 wurde er niedersächsischer Vizelandesmeister. Seine aktuelle DWZ beträgt 2295. Bekannt ist er in der Szene durch sein schachliches Pseudonym, nämlich der Schachpanda. Im ersten Lockdown im April 2020 begann er seinen YouTube-Kanal, auf dem er seiner Leidenschaft als Schacherklärer nachgeht. Mittlerweile hat der Kanal über 4000 Abonnenten und über 400.000 Aufrufe und er hat sich vor allem eine richtige Community aufgebaut. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, David Riemay. Hallo und wie geht's? Ja, hallo Michael. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich fühle mich hier ja wirklich so ein bisschen geehrt, wenn man sich mal anschaut, was bisher hier alles für Schachgrößen, sowohl Schachspieler als auch Leute, die einfach viel zum Schach beigetragen haben, die alle schon da waren hier bei dir. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Und ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Mittlerweile bin ich das bei meinen Videos und Streams nicht mehr. Da ist schon so ein bisschen Routine reingekommen. Aber das hier ist doch nochmal was anderes. Deswegen freue ich mich riesig darauf und bin gespannt auf deine Fragen. Ja, ich freue mich auch. Und ich gucke deine Videos auch an, muss ich sagen. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass du hier dich einreißt in die Riege der Schachpersönlichkeiten. Ja, lass mich mal die Eingangsfrage stellen. Und das ist auch schon die Frage, die ich mir gleich gestellt habe, als ich zum ersten Mal überhaupt von dir gehört habe. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Schachpanda. Was hat ein Panda-Bär mit Schach zu tun? Das ist eine Frage, die ich mittlerweile natürlich schon sehr oft gehört habe. Und ich habe bisher immer groß angekündigt, dass ich darüber irgendwann mal ein Video mache. Dann passt es perfekt. Dann nutze ich jetzt hier diese Plattform, um diese ganze Sache aufzulösen. Die Geschichte ist nicht ganz so spektakulär, muss ich sagen. Als ich meinen Kanal aufgemacht habe, ich hatte vorher schon einen ganz kleinen Testkanal, wo ich wirklich eigentlich nur für Freunde, mit denen ich trainiert habe, so zwei, drei Sachen hochgeladen habe. Das war gar nicht groß für die Öffentlichkeit bestimmt. Und dieser Kanal hieß irgendwie Schachlernen leicht gemacht. Und selbst wenn man diesen ganzen Namen eingegeben hat bei YouTube, hat man nicht diesen Kanal gefunden, sondern hat einfach jede Menge Videos gefunden, die ähnlich klangen. Und deswegen war mein erster Anreiz, dass ich auf jeden Fall etwas finden wollte, was komplett einzigartig ist. Wo ganz klar ist, okay, mit dem Namen findet man mich. Und das hat schon mal vieles herausgenommen an Namen. Ich habe dann, ja, so wie es oft empfohlen wird, irgendwie ein Brainstorming gemacht und habe hier eine Liste gemacht mit 20 Namen. Und ich weiß gar nicht, was ich irgendwie Schachflix, von wegen Netflix und so. Und, und, und. Ich hatte jede Menge Ideen. Ich glaube auch sowas wie Schachtalk oder keine Ahnung. Und Schachpanda kam mir aber irgendwie sehr früh in den Sinn. Und was jetzt genau die Intuition war, kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwie so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ja so viele auch so Gaming-Kanäle und sonst was immer irgendwie Namen plus Tier. Ja, und dass es irgendwie schon öfters vorkam und dafür kam mir das irgendwie so in den Sinn. Das hat jetzt nicht irgendwas damit zu tun, dass irgendwie der Panda gut zu mir passt oder dass ich irgendwie besondere Bezüge dazu habe. Und ja, all diese Brainstormings hinweg hat dieser Name einfach immer überlebt in meinem Kopf. Und dann war es mir irgendwann klar, okay, ich mache das. Ich nehme diesen Namen. Er ist absolut einzigartig und unverwechselbar. Und so ist das Ganze entstanden. Also es gibt da wirklich keine größere Beziehung zum Panda oder ähnliches. Und ja, es hat sich ja auch ganz gut bewahrheitet, dass es mit dieser Einzigartigkeit, dass man mich da eben findet, mich da klar abgrenzen kann. Und ich konnte natürlich einfach ein Logo machen. Das war ganz hilfreich. Ja, heute soll es natürlich im Schwerpunkt um deinen YouTube-Kanal und deine Schach-Community gehen. Aber du bist ja auch ein sehr respektabler Spieler. Bei dir ging es ja sozusagen vom Schachkeller bis in den siebten Schachhimmel. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass es zu deinen schachlichen Anfängen so eine kleine Geschichte gibt. Und ja, es wäre schön, wenn du dir mal erzählen könntest, wie es bei dir überhaupt anfing mit Schach. Ja, angefangen habe ich mit sechs Jahren. Ein Familienfreund hat mir das Ganze beigebracht. Der war auch im Verein, war selbst jetzt kein so starker Spieler, hatte vielleicht so 12, 13, 100. Und das Spannende, also ich bin dann auch mit, weiß ich nicht, acht oder neun spätestens in diesen Verein gekommen. Aber das Spannende, was sich da wirklich entwickelt hat, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, im Großraum Braunschweig. Und nach und nach kamen immer mehr der Jugendlichen oder Kinder da zum Schach. Und irgendwann war es wirklich so, dass es im Trend war, Schach zu spielen. Fast alle Jugendlichen dort haben Schach gespielt. Und der Grund war einfach, dieser Familienfreund, der hat sein Leben im Prinzip dem Schach so ein bisschen dann zur Verfügung gestellt. Und auch sein Geld, er hat dann nämlich, er hat seinen Keller immer frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, wann immer man wollte, konnte man da klingeln und unten in seinem Keller Schach spielen. Da gab es White und Cola und sonst, ich glaube sogar ein alter Computer stand da rum. Und ja, es war einfach wunderbar. Und er hat dann auch teilweise, einige dieser Jugendlichen waren auch aus einkommensschwächeren Verhältnissen, die sich da jetzt nicht groß hätten leisten können, Schach im Verein oder sonst was zu spielen. Und die hat er auch unterstützt finanziell. Er hat sowohl die Vereinsbeiträge bezahlt, aber ich erinnere mich auch noch, wir sind zu Turnieren gefahren mit einem großen Bus. Wir hatten so einen Schachbus, das war wirklich cool. So ein alter VW-Bus, draußen hatten wir so ein paar Sponsoren dran. Und mit dem sind wir dann zu Turnieren gefahren und er hat alle mehr oder weniger eingeladen. Hat das bezahlt, Turniere, wo wir im Hotel übernachtet haben mit Schwimmbads und sowas. Und das war natürlich großartig. Und dieser Verein, das war auch ein Dorfverein, wo wir gespielt haben, der SV Apelnstedt, hat irgendwo in der untersten Liga angefangen. Und es gab Zeiten, da gab es da dann drei Mannschaften, weil alle diese Jugendlichen dann in diesem Verein gespielt haben. Und ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, wie sowas möglich ist, dass Schach im Prinzip wirklich eine Trendsache für Jugendliche wird. Und da haben auch Leute Schach gespielt, von denen man das einfach überhaupt nicht vermuten würde, weil sie einfach aus einem ganz anderen Bereich oder Klientel oder sonst woher kamen. Und wie gesagt, es wurde wirklich zum Trend. Auch die jüngeren Geschwister haben dann teilweise mit angefangen. Und wenn man da im Keller geklingelt hat, dann waren da manchmal acht Leute oder sowas und haben Schach gespielt. Und das war schon toll, was dieser Familienfreund da auf die Beine gestellt hat. Irgendwann ist das natürlich alles so ein bisschen eingeschlafen. Leider spätestens, als der dann gestorben ist und nach und nach natürlich die Jugendlichen älter wurden, sind die dann alle aus diesem Verein wieder verschwunden. Aber das war einfach eine tolle Zeit. Und er hat auch die Familien von denen unterstützt. Er hat für die eingekauft und sonst was. Und war mehr oder weniger auch so eine Art Sozialarbeiter in diesem Bereich. Und also ein ganz toller Mensch. Und dem verdanke ich da auf jeden Fall meine Leidenschaft zum Schach. Ja, toll, wenn man solche Schachpersönlichkeiten hat. Ja, bei dir ging es ja dann bergauf. In der Vorbereitung habe ich irgendwo eine DWZ-Kurve oder ELO-Kurve, ich weiß nicht mehr, gesehen. Du bist jetzt, ich glaube, das darf ich sagen, vor ein paar Tagen frisch Mitte 30 geworden. Glückwunsch nachträglich erstmal. Vielen Dank. In der DWZ-Kurve hat man gesehen, dass du dich gerade in den letzten Jahren nochmal gesteigert hast. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mein Podcast-Kollege aus den USA, der Ben Johnson, der hat ein eigenes Format für solche Adult Improver, nennt er das. Also Leute, die sich im Erwachsenenalter halt tatsächlich nochmal relevant verbessern. Ist das so bei dir? Und wenn ja, wie hast du das hinbekommen? Ja, ich muss sagen, also es ging eigentlich, also am Anfang, ich bin halt im Schach eigentlich immer treu geblieben. Aber ich muss gestehen, dass ich gerade dann auch in dieser Zeit als Jugendlicher nicht der Fleißigste war. Im Gegenteil, ich hatte auch ein bisschen Training nebenbei. Dieser Familienfreund hat dann auch einen Trainer engagiert, wo ich dann einmal die Woche Training hatte. Ich habe die Mannschaftskämpfe gespielt, aber gerade wo es dann, ja, wo man dann so 16, 17, 18 war, da waren auf jeden Fall andere Sachen für mich interessanter. Und ich habe sehr wenig Zeit ins Schach, meine Schachverbesserung an sich gesteckt. Ich habe die Mannschaftskämpfe gespielt, Turniere habe ich vielleicht ein Turnier oder so im Jahr gespielt. Aber insgesamt, ich habe wenig Schach gespielt und auch nicht so viel für Schach getan. Ich habe früh gemerkt und viele haben das gesehen, dass ich Talent habe. Aber wahrscheinlich, das ist natürlich immer schwer zu sagen im Nachhinein, aber habe ich da einfach ein bisschen wenig dafür getan, was aber absolut okay war. Und ich bin dann danach zum Studium, bin ich dann nach Berlin gegangen und habe da Physik studiert. Auch da habe ich mir einen Schachverein gesucht, die Schachfreunde Berlin. Und da habe ich in der dritten Mannschaft meistens gespielt und habe aber eigentlich auch nur noch die Mannschaftskämpfe gespielt. Ganz selten mal zum Vereinsabend und alle zwei, drei Jahre mal noch ein Turnier. Also ich habe mich immer so ein bisschen mit Schach beschäftigt, so nebenbei. Ich habe nebenbei ein bisschen gespielt, auch mal im Internet und hier und da. Auch mal ein bisschen was rausgeholt zum Trainieren. Aber das war alles nichts Handfestes, sodass meine DWZ dann so ein bisschen stagniert ist. So um die 2000. Ein bisschen gestiegen bin ich immer noch. Und es kam erst, als ich dann wieder hier zurück nach Braunschweig gekommen bin. Und ja, da war ich ja schon dann 30 und habe mir hier meinen alten Verein wieder gesucht, den SV Salzgitter, weil hier in der Nähe leider wenig Vereine waren, wo wirklich was los war. Und da habe ich wieder gemerkt, dass ich jetzt richtig Lust auf Schach habe und mehr machen möchte. Und habe da erst mal angefangen, nicht nur die Vereins... Ich habe da auch angefangen, die vereinsinternen Turniere zu spielen und habe auch wieder mehr Turniere gespielt. Ich habe einfach wieder mehr Partien gespielt. Und das war, glaube ich, für mich erst mal der Hauptweg, dass ich wieder mehr gespielt habe. Mir hat einfach immer so ein bisschen die Praxis gefehlt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das kennst. Aber bei mir war das immer so. Immer wenn ich wenig Praxis habe und wenig spiele, ich komme einfach nicht so richtig rein ins Schach. Ich bin dann deutlich langsamer im Kopf. Ich fühle mich nicht so sicher. Und zusätzlich, was mich natürlich bestärkt hat, waren meine großen Erfolge. Also ich habe da gerade in den Mannschaftskämpfen, habe ich in den letzten drei Jahren irgendwie, weiß ich nicht, aus 25 Partien, glaube ich, so 22,5 oder 21,5 Punkte gefühlt geholt. Habe da sehr, sehr starke Saisons gespielt, sehr, sehr starke Leistungen gespielt. Und dadurch hat sich natürlich dann meine Zahl deutlich verbessert. Ich habe meinen Spielstil auch so ein bisschen angepasst. Ich bin eigentlich eher so ein Taktikspieler. Früher habe ich Gambits aller Art gespielt. Mach das teilweise jetzt immer noch, weil ich, wie gesagt, zum einen taktisch sehr, sehr stark für mein Verhältnis bin. Zumindest glaube ich das. Und es macht mir auch einfach mehr Spaß. Bin dann aber umgestiegen so auf mehr positionellere Systeme, weil ich gemerkt habe, dass gerade in diesen taktischen Verwicklungen ist eben die Gefahr, dass man sich selbst auch holt. Oder der Gegner, viele Gegner sind natürlich in diesem mittleren Bereich auch taktisch gerade stark. Und mir hat das geholfen, dieses Umstieg auf diese positionelleren Stellungen, dass ich gerade gegen die schwächeren Spieler deutlich mehr Punkte erziele, weil die eben positionell oft noch größere Lücken haben. Und die taktischen Chancen kommen trotzdem. Das habe ich früher immer nicht geglaubt, dass wenn man so positionelle Partien spielt. Aber es ist tatsächlich so. Also die meisten Partien werden am Ende trotzdem dann über Taktiken entschieden, sodass man da trotzdem seine Stärken nutzen kann. Und ja, das war ein kleiner Teil, der dazu beigetragen hat. Aber ich denke, wie gesagt, der Hauptteil war auf jeden Fall, dass ich einfach wieder mehr gespielt habe und meine Fundamente da abgerufen habe. Trainiert selbst habe ich ehrlich gesagt weiterhin wenig. Also ich habe so ein bisschen, da habe ich hier ein bisschen da, aber nicht so viel. Was mir jetzt natürlich nochmal deutlich auch hilft, dass ich jetzt auch als Schachtrainer arbeite und auch der YouTube-Kanal, auch wenn ich natürlich mehr auf Anfänger fokussiert bin. Aber da gibt es immer wieder Themen, die mir durchaus auch ein bisschen helfen. Und ja, das denke ich, sind so die Gründe für meine Schachverbesserung. Ich habe vor allem jetzt auch mit deutlichere Ziele mittlerweile natürlich. Jetzt durch diesen Aufstieg sehe ich natürlich ganz klar den Weg zum FM, wo ich DWZ-mäßig, hatte ich die 2.3 schon, die man dafür braucht, die 2.300. ELO brauche ich halt 2.300. Und meine ELO hinkt noch 100 Punkte hinterher, die ist noch bei 2.200. Eben aus dem Grund, weil ich so wenig Turniere gespielt habe. Diese Mannschaftskämpfe wurden nie ELO ausgewertet, sondern immer nur DWZ ausgewertet. Und typischerweise, bei vielen liegt ja eher die ELO ein bisschen höher als die DWZ. Und deswegen, ja, ist der FM-Titel auf jeden Fall sehr realistisch, wenn es mal soweit ist. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das sind auf jeden Fall Pläne für dich, die ich dir die Daumen drücke. Aber lass uns doch mal zu dem Punkt kommen, für den du eben bekannt bist. Und zwar ist es dein YouTube-Kanal. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, du hast über 4.000 Abonnenten, mittlerweile 207 Videos. Ich habe gerade nochmal geguckt. In nicht ganz einem Jahr, also im Schnitt ja häufiger als jeden zweiten Tag ein Video. Aber man fängt ja am Anfang recht klein an und hat noch nicht so eine richtige Idee und wird auch gar nicht so richtig registriert. Was war denn der Moment, in dem du gesagt hast, ja, jetzt bin ich angekommen, also jetzt sehen mich die Leute. Gab es da so einen Aha-Moment? Oder wie war da dein Verlauf? Beschreib es doch mal. Ja, du hast recht. Gerade am Anfang ist das auf jeden Fall sehr schwierig. Weil genau, da ist einfach, es gibt keinen, der einen kennt. Es gibt keinen, der einen sehen will. Und irgendwie muss man damit anfangen. Gott sei Dank habe ich diesen Impuls, das jetzt wirklich anzufangen, relativ schnell umgesetzt, weil ich bin jemand, der auch schnell in dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, so, ich glaube, das heißt Analyse, Paralyse, dass man Dinge zu sehr durchdenkt. Bevor man überhaupt den Kanal angefangen hat, macht man sich dann schon Gedanken und wie macht man das und wie macht man das und hier und da und man hat es dann von vorne bis hinten durchgedacht, seinen Kanal, ohne dass man überhaupt was gemacht hat und mir fehlt da manchmal dieses einfach zu machen und Gott sei Dank hat das da einfach geklappt. Ich habe dieses erste Video gemacht und am Anfang habe ich auch noch gar nicht so darüber nachgedacht. Ich hatte noch keine großen Ziele oder Ambitionen. Ich wollte einfach erst mal Schachvideos machen und den Leuten ein bisschen was beibringen. Und um jetzt mal konkret zu deiner Frage zu kommen, mit dem Mann habe ich gemerkt, dass da jemand auf mich aufmerksam wird. Spannenderweise war das eins von deinen Videos. Und zwar, du hast ja mal ein Video gemacht, die Top Ten der deutschen Schachkanäle. Schach-YouTube-Kanäle, ja genau. Genau, das war irgendwann letztes Jahr. Ich war doch noch nicht so lange dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon 100 Abonnenten hatte. Auf jeden Fall, ich weiß es noch, ich war mit meiner Frau und meinem Sohn im Harzwandern. Wir waren ganz in diesem ersten Lockdown sehr, sehr viel wandern. Mit so einem Bollerwagen haben wir uns geschnappt und haben immer geguckt, dass wir Bollerwagen geeignete Strecken finden. Das ist nicht so einfach, auch wenn es ein kleines Mittelgebirge ist. Aber zumindest sind wir da viel gewandert. Und ich hatte natürlich trotzdem mein Handy irgendwie dabei, auch wegen Streckenplanung und so. Und dann hat mir YouTube gesagt, hier, neues Video von dir, dann Top Ten Kanäle. Und ja, da war ich natürlich sehr gespannt. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich da drin auftauche. Und ja, und tatsächlich bin ich da drin aufgetaucht. Korrigiere mich, war es der? Was ist Platz sieben oder so? Ich weiß es nicht genau. Vier? Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir sind vier, fünf, sechs. Ich weiß es nicht. Genau den Platz, genau weiß ich auch nicht mehr. Aber ich bin da drin aufgetaucht. Also ich dachte, als ich das gesehen habe, dann dachte ich irgendwie, okay, wenn, dann tauche ich vielleicht auf Platz zehn. Wäre geil. Wenn ich da drauf habe, wow, das wäre was. Und ich bin da aufgetaucht. Und wow, ich weiß es noch genau. Das war wirklich, da ist so ein bisschen Euphorie in meinen Körper geschossen. Und ich habe da so Luftsprünge gemacht. Meine Frau hat da noch Fotos gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie dieses Gefühl wirklich hatte, jemand honoriert das da, was ich mache. Und das war für mich ein ganz besonderes Gefühl, was mir auch so ein bisschen gezeigt hat, dass ich auf einem guten Weg bin. Weil, ja, das kennst du ja wahrscheinlich jetzt ja auch mit dem Podcast und so. Das ist, wenn man irgendwas komplett selbst auf die Beine stellt von null und sich das alles selbst ausdenkt, wie man das macht. Und da steckt das eigene Herz drin. Und dann jemand sagt, der findet das gut, wow, das tut einfach gut. Das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie Lob bekommt, sag ich mal, für die Arbeit oder in der Schule oder im Studium oder irgendwas, was man einfach eh, wo einem jemand gesagt hat, das muss man machen und man macht das gut. Das ist auch schön, aber das ist nicht das Gleiche wie etwas, so ein Herzensprojekt, wo man wirklich alles aus einem selbst entspringt, wo man natürlich auch unsicher ist. Oder zumindest ich war da unsicher. Das ist ja nicht so, dass ich da rausgehe und sage, wow, ich bin ja der geilste Schachlehrer und der beste YouTuber und das wird voll durch die Decke gehen. Ich halte mich schon für einen guten Schachtrainer, aber trotzdem ist da natürlich gerade, wenn man sich da in die Öffentlichkeit stellt, immer so eine Unsicherheit dabei. Und deswegen war das ein für mich ganz besonderer Moment. Ja, cool, das wusste ich gar nicht. Das freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. Ja, jeder YouTuber hat ja auch immer so ein bisschen den Traum vom viralen Video, das also so richtig durch die Decke geht. Also den hast du sicherlich auch. Das ist schon die Frage. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. Das virale Video, da, klar, diesen Traum habe ich natürlich. Und es ist letzten Endes auch, falls jemand wirklich groß werden will als YouTube-Kanal, gibt es meiner Meinung nach nur zwei Wege. Entweder man hat jemanden noch viel Größeres, der einen da unterstützt, wie zum Beispiel der Gossam Chess, der wurde ja einfach, der ist mittlerweile auch in sehr, sehr schneller Zeit sehr groß gewachsen, englischsprachiger Kanal, ist natürlich auch einfach sehr, sehr gut. Aber er wurde natürlich auch viel von Nakamura gepusht, da eben direkte Kontakte und einfach sehr viele Videos zusammen gemacht haben. Das ist natürlich ein Weg und der andere Weg ist einfach ganz klar so ein virales Video. Alles andere wird einfach, wenn man das beides nicht hat, dann muss man eben gucken, dass man, wächst man eben deutlich langsamer. Und dieses virale Video, zum Beispiel Big Week natürlich, jetzt ganz bekannt, mittlerweile ja das erste deutsche Schachvideo mit über eine Million Views, die goldenen Regeln, was ihn ja auch irgendwie katapultiert hat von 2000 auf was weiß ich, über 10.000 oder 20.000. und ja, man kann leider so ein virales Video natürlich einfach nicht planen und YouTube ist da wirklich, dass es, es gibt eine Menge, was man darüber lesen kann und man, es gibt viele Dinge, die bekannt sind, aber viele Dinge sind auch nicht so bekannt und es gibt natürlich einfach kein Kochrezept dafür, für dieses virale Video und es, man sieht es ja auch immer wieder auf YouTube, teilweise gehen dann auf einmal Videos durch die Decke, die schon viele Jahre alt sind und deswegen, ja, um diesen Traum, also mein Traum davon ist nicht zu groß, es ist nicht so, dass ich da jetzt hinterherjage, aber ich denke mir einfach, ich werde weit, alles was ich tun kann, ist weiterhin gute Videos zu produzieren und ja, wäre schön, wenn das irgendwann passiert, aber es ist ja auch schön, dass mittlerweile über 4000 Leute zu mir gefunden haben, ohne diesen, ohne dieses virale Video, das zeigt ja zumindest, dass es auch anders geht. Absolut, ja. Ja, im Juli 2020 hast du ein sehr persönliches Video online gestellt zur Zukunft deines Kanals und da zitiere ich dich jetzt mal, weil ich habe mir das in der Vorbereitung angeguckt, da hast du gesagt, ich schaffe das so nicht mehr, ich habe Angst, dass ich ausbrenne. Du hast damals auch ausgeführt, dass du dich eben, ja, angestachelt gefühlt hast von den großen Kanälen, die du vorher schon genannt hast, also The Big Reak und Niklas Huschenbeet, aber du halt noch eben Job und Familie hast und du hast da angekündigt, nur noch ein Video pro Woche machen zu wollen. Ja, viel ist ja nicht übrig geblieben von diesem Vorsatz, muss man sagen, oder? Bist du da immer noch im Hamsterrad drin oder hast du jetzt inzwischen einfach das besser gemanagt als damals? Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Es gab dann ja sogar den Dezember, wo ich so als persönliche Challenge jeden Tag ein Video gemacht habe. Wow. Das war wirklich, ja, es war so Adventskalendermäßig gedacht, aber dann habe ich das auch so als persönliche Challenge gesehen, was auch diese Quote dann nochmal deutlich hochgezogen hat von Videos, durchschnittliche Videos pro Tag oder... Und deswegen, ja, momentan bin ich bei einem Rhythmus, wo ich alle versuche, so zwei Videos mache ich pro Woche, zwei bis drei. Je nachdem, wenn es ein ganz kleines ist, schiebe ich noch ein drittes dazu, aber ich mache zwei Videos pro Woche, produziere auch jetzt schon deutlich vor. Und ja, jetzt um nochmal ganz zu diesem Thema ausbrennend zurückzukommen, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich deutlich gebessert habe. Am Anfang war es einfach echt, muss ich sagen, ich habe oft auf andere Kanäle geguckt und es ist einfach schwierig. Man guckt sich dann diese Kanäle an und sieht, wie die wachsen und dann denkt man, oder ich habe mir dann gedacht, ich habe auch viele Kommentare gekriegt, dass ich jetzt nicht irgendwie groß schlechter bin oder sowas und dann sieht man die Zahlen und sieht die eigenen Zahlen und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, der Vergleich. Und man vergleicht sich natürlich, oder typisch menschlich, man vergleicht sich selten nach unten, sondern oft nach oben. Mit mir zusammen haben ja viele andere Kanäle angefangen und viele haben schon wieder aufgehört und viele andere sind auch deutlich, haben auch deutlich weniger Abonnenten, obwohl zum Beispiel, ob es jetzt einen GM Rainer Buhmann oder die Chess Party sind alles tolle Kanäle mit tollen Leuten, schachlich viel besser als ich und die haben ja deutlich weniger Abonnenten. Sogar auch das, also ich könnte ja sozusagen auch das, so das Positive rausziehen und ja, trotzdem habe ich eben in dieser Zeit viel nach oben geschaut und das habe ich mittlerweile im Prinzip komplett abgelegt. Ich habe diese Kanäle auch deabonniert und verfolge die gar nicht mehr und mache da jetzt so ein bisschen mein Ding und habe jetzt so ein bisschen für mich einfach auch mehr meinen Weg gefunden, den ich machen möchte. Meine Community ist deutlich mehr gewachsen und dieses Thema Ausbrennen, ja, es ist weiterhin anstrengend. Was heißt anstrengend? Ja, es ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung, das alles zu managen, aber ich mache das verdammt gerne. Ich mache das verdammt gerne und ich bin niemand, der groß irgendwie still sitzen kann und abends sich nur berieseln lässt oder sowas. Stattdessen mache ich eben abends meine Projekte, wozu dann eben YouTube gehört. Mein Zeitmanagement hat sich auch einfach verbessert. Also diese Videos gehen deutlich schneller zu produzieren. Von der Ideenfindung bis zum Video geht das alles deutlich, deutlich schneller, sodass das alles ein bisschen besser geworden ist. Und da ich ja trotzdem weiterhin das Ziel habe, dass dieser Kanal irgendwie ein Teil von mir bleibt und gerne auch ein bisschen, was zu meinem Lebensunterhalt beiträgt. Ganz klar, dieser finanzielle Aspekt, das ist jetzt nicht mein Antrieb, auf keinen Fall. Aber es wäre schon ein schöner Nebeneffekt, weil letzten Endes ja Zeit, Zeit ist nun mal Geld. Und dementsprechend hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit für. Und das ist eben nur möglich, wenn ich da dranbleibe. Das weiß ich und deswegen möchte ich da auch dranbleiben. Und das braucht man, glaube ich, auch für so einen YouTube-Kanal. Wenn man immer nur hoch, also man kann das natürlich auch anders betreiben. Man kann auch einfach sagen, ich lade immer nur hoch, wenn ich möchte. Dann wäre der Rhythmus deutlich geringer. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal sage, wow, jetzt mache ich ein neues Video, geil. Manchmal schon. Manchmal sage ich mir auch, oh, gut, habe ich jetzt gerade eigentlich keine große Lust zu, aber ich mache das jetzt und das ist ja trotzdem okay. Es ist jetzt nicht so, wozu ich mich so zwingen muss, dass ich sage, oh Gott, das nervt mich so oder sowas. Um diesen Teil nicht so negativ abzuschließen, will ich natürlich sagen, dass dieser Kanal einfach was ganz Großartiges gewachsen ist. Und vor allem die Community, die Leute, die ich da angezogen habe, das war mir am Anfang gar nicht so klar, dieser Aspekt eines Kanals. Das ist einfach ein ungeheuer positiver Aspekt, den ich bisher oder davor nie berücksichtigt hätte oder daran gar nicht gedacht hätte, dass man sowas auch mit aufbaut. Und ja, es ist ja letzten Endes so ein bisschen Resonanz, je nachdem, wie man da auftritt, was man für Themen rüberbringt und so. Dementsprechend zieht man ja auch Leute an. Und ich selbst als, so sehe ich mich zumindest als sehr positiver und optimistischer Mensch, habe dementsprechend auch da eine gleichartige Community aufgebaut, die sich da toll austauscht. Das merke ich mittlerweile. Ich habe ja auch so einen Discord-Kanal. Das ist letzten Endes so ein Chat-Programm mit so Chaträumen, wo die Leute einfach zusammenkommen und sich da super nett austauschen, Fragen stellen. Es gibt andere Leute, die die Fragen beantworten. Das ist einfach etwas, was ich so vorher noch nie gesehen habe. Einfach letzten Endes wie so ein riesiger Vereinsabend im Prinzip mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die alle Interesse am Schach haben und sich da gegenseitig helfen wollen. Und auch in den Livestreams, die ich mittlerweile ja regelmäßig mache, sehe ich das eben auch, diese Leute. Und ja, dass die letzten Endes alle wegen, wenn ich darüber nachdenke, wegen mir dann da sind, ist das natürlich schon eine absolute Bestätigung meiner Arbeit. Und so eine Sache rufe ich mir dann natürlich auch immer wieder zu Herzen, wenn es mal Momente gibt, wo ich doch mal wieder denke, oh Gott. Ja, ich denke, dass die Leute das auch honorieren. Also du betonst es in deinen Videos ja auch immer wieder, wie wichtig es dir ist, eine Beziehung zu deinen Followern oder Abonnenten aufzubauen und erwähnst sie da manchmal namentlich, dankst ihnen ausdrücklich, machst Abonnententurniere und so. Also das sieht man schon auch, dass du da Wert drauf legst. Und ich glaube, das wird einfach honoriert. Ja, dann von den allgemeinen YouTube-Kanalfragen würde ich gerne zu den konkreten Videos kommen. Ich habe nämlich Zuschriften von zwei oder drei Hörern bekommen, die sich wieder mehr schachlichen Inhalt in den Podcasts gewünscht haben. Und da passt du als Schacherklärer natürlich super als Interviewgast. Und ich würde es gerne anhand von einigen deiner Videos machen. Ich habe mir da ein paar rausgesucht, die ich besonders interessant finde, also auch mit schachlichen Inhalten. und würde dich da gerne bitten, jeweils zu dem Video so ein paar Hintergründe zu erklären. Bist du bereit? Werden wir sehen, ja. Los geht's. Okay, also das erste Video lautet, also ein Video von dir, So lernt ihr Schachtaktik. Es geht da um die Frage, wie man am effektivsten Taktiktraining macht, Mustererkennung und so weiter. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich das noch sagen darf, ich nutze den Taktiktrainer von Chess.com. Du hast, glaube ich, Chess Tempo vorgestellt. Und ich versuche da halt immer ein Rätsel kurz zu lösen. Und wenn ich es nicht finde, dann lasse ich mir die Lösung anzeigen. Und dann geht es halt weiter zum nächsten Rätsel. Aber du schlägst das, glaube ich, irgendwie anders vor. Also was mache ich da falsch oder wie macht man es richtig aus deiner Sicht? Das ist natürlich immer die große Frage, wie macht man die Dinge richtig? Das Wichtigste finde ich erstmal bei diesen Dingen wie Taktiktraining, dass man sie macht und vor allem regelmäßig. Regelmäßigkeit schlägt alles oder fast alles, auch Talent. Wenn man es schafft, jeden Tag eine Viertelstunde, besser vielleicht 20 Minuten, aber eine Viertelstunde, die kann ja jeder irgendwo freimachen. Und wenn man es zumindest schafft, das vorzunehmen und die erst jeden Tag auch macht, wird man da große Erfolge sehen, auch relativ schnell, gerade im Taktikbereich. Und das ist deutlich effektiver, als das zum Beispiel alle zwei Wochen, sich da mal eine Stunde hinzusetzen. Die Frage ist jetzt ja, genau, wie macht man das? Worum es letzten Endes geht bei Taktiken, sind Muster. Und da gibt es halt auch so gewisse Studien, dass umso stärker die Spieler sind, umso mehr Muster haben sie halt gespeichert. Supergroßmeister haben einfach so viele Muster gespeichert, unterbewusst, auf die sie sich berufen können in gewissen Stellungen. Das sind jetzt viele taktische Muster, aber auch positionelle Muster, wo sie einfach Stellungsstrukturen sehen und dann wissen ungefähr, was man da zu tun hat. Und wir haben einfach deutlich weniger und schwächere Spieler natürlich einfach noch weniger. Und die Frage ist jetzt, wie lernt man diese Muster? Und da sollte das Ziel eigentlich des Taktik-Trainings lauten, dass man möglichst viele neue Muster lernt. Und neues Muster lernt man dann, wenn man eine Taktikaufgabe nicht lösen kann. Wenn man eine Taktikaufgabe lösen kann, dann kennt man das Muster. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, finde ich. Denn man denkt ja, wenn man jetzt viele Taktikaufgaben erfolgreich gelöst hat, hat man eigentlich gut Taktik trainiert. Ja, man hat natürlich auch Berechnungen und sowas trainiert, aber man hat eigentlich keine neuen Muster gelernt, weil man konnte sie vorher alle. Und deswegen ist der Ansatz, den ich da vorschlage, dass man vor allem leichte Taktikaufgaben macht. Es geht nämlich gar nicht um diese schwierigen Taktiken. Die kann man dann machen, wenn man deutlich stärker ist, weil schwierige Taktiken, die einfach schwierige Muster enthalten oder über sehr viele Züge gehen, die enthalten oft einfach nur eine Kombination von leichten Motiven zusammen mit genauer Rechenarbeit. Das kommt dann natürlich noch dazu, genaues Rechnen. Aber wichtiger ist einfach, dass man diese Muster erstmal hat. Deswegen kann man ruhig leichte Aufgaben machen. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Wo bekommt man diese leichten Aufgaben her? Da gibt es natürlich dann viele Diskussionen. Ich habe ja in einem meiner Videos auch das Buch von Karl Kolditz empfohlen, so Taktik-Training. Chess-Tempo habe ich deswegen empfohlen, weil man da so gewisse Selektionen machen kann. Wenn man da diese Silber-Edition 30 Euro oder so Jahresbeitrag nimmt, dann kann man sich so ein eigenes Aufgabenset erstellen und kann da ganz klar sagen, zum Beispiel nur Mathe in 1 oder Mathe in 2. Man lernt dann erstmal nur diese Mathe-Bilder. Und jetzt ist die Idee, dass man nicht lange hinguckt. Sagen wir 30 Sekunden. Man guckt 30 Sekunden und wenn man innerhalb dieser 30 Sekunden diese Aufgabe nicht löst, dann kennt man dieses Muster nicht. Und dann kann man sich einfach die Lösung anschauen. Und was ich jetzt nochmal vorgeschlagen habe, ist, um diese Lösung noch besser zu verinnerlichen, dass man sich diese Lösung öfters anzeigen lässt, dass man dreimal anzeigen lässt, damit man das wirklich versteht. Und dann auch nochmal dreimal im Kopf durchgeht, dass man dieses Muster wirklich nochmal sieht. Letzten Endes, die Idee davon ist einfach, dass man sich schon dabei jetzt mehr mit diesem Muster beschäftigt, um die Chance zu erhöhen, dass dieses Muster dann sitzt. Und wenn man so ein Aufgabenset hat, sagen wir, es sind tausend Aufgaben, daran kann man einfach erstmal so lange arbeiten, bis man eine hohe Trefferquote erzielt. Man kann das immer wieder, selbst wenn man durch ist mit den Aufgaben und Doppelte bekommt, das ist nicht so schlimm. Man wird immer wieder feststellen, dass man gewisse Aufgaben nicht kann. Und erst, wenn man die vielleicht mit 95 Prozent Quote oder so schafft, dann kann man vielleicht sich überlegen, hochzugehen und schwierigere Mattbilder oder andere Taktiken zu machen, um so die Chance zu erhöhen, um viele einfache taktische Motive in den Kopf zu bekommen. Gerade auch in heutigen Zeiten des Internetschachs, natürlich Blitzschach, Schnellschach, gerade da sind natürlich, das sind hauptsächlich einfache Taktiken. Man muss sie aber schnell sehen. Okay, ja, super Tipp. Also ich glaube, da werden einige Hörer jetzt sagen, oh, da habe ich jetzt, aber muss ich jetzt was umstellen bei meinem Taktiktraining. Aber ja, gute Inspiration auf jeden Fall. Ja, zweites Video, was ich mir rausgesucht habe, wie lernt man am besten eine neue Schacheröffnung? Also bei mir persönlich war das auch manchmal so, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die und die Eröffnung und will mal was anderes probieren. Wie geht man das denn am besten an? Da hast du ja auch in einem Video was dazu gesagt. Ja, genau. Öffnungen sind für mich deswegen auch ein spannendes Thema, weil mein Trainer damals gesagt hat, Eröffnungen braucht man nicht bis 2000. Und ich habe das im Prinzip ähnlich verfolgt. Ich habe bis jetzt vor kurzem, ich bin auch über die 2.2 mit weniger Öffnung gekommen, mit sehr wenig Eröffnungswissen. Natürlich baut man sich über die Zeit, selbst wenn man sich jetzt nicht zu aktiv mit Theorie und sowas beschäftigt, nimmt man natürlich einfach ein bisschen was mit. Aber ich habe im Prinzip sehr Offbeat-Sachen gespielt. Habe lange Zeit zum Beispiel mit Vice D4 und dann zweitens E3 gespielt. Und dann mit B3-Läufer, B2 mich irgendwie aufgebaut. Einfach spielbare Stellungen zu bekommen, wo jetzt Theorie nicht so zählt. Dieser Ansatz fällt mir jetzt so ein bisschen auf diesem Niveau, merke ich auf jeden Fall auf die Füße. Da merke ich auf jeden Fall, es ist Zeit, mehr in Eröffnung zu stecken. Das mache ich auch gerade. Ja, wie lernt man jetzt so eine neue Eröffnung? Das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man eine Eröffnung für sich sucht, die zu einem passt. Deswegen kann man eigentlich nicht so eine fragen, was sollte ich spielen? Und dieses Niveau, ist das eine gute Eröffnung? Das kann man eigentlich schwer allgemein beantworten. Also wenn man ein taktischer Spieler ist, dann sollte man schon versuchen, tendenziell eher taktische Eröffnungen zu spielen. Weil das passend zu dem Spielstil ist. Und was ich dann in diesem Video empfehle, ob man das jetzt genau so machen muss, ist natürlich fraglich. Da gibt es wieder viele Konzepte. Aber dass man einfach sich vielleicht entweder gar kein Video vorher oder einfach nur ein kurzes Video mal über die Eröffnung anschaut. und dann einfach zu blitzen, blitzbar ziehen mit dieser Eröffnung zu spielen. Da würde ich auf jeden Fall Blitzen empfehlen. Also sonst würde ich für Schachverbesserungen nicht unbedingt Blitzen empfehlen. Aber da geht es jetzt vor allem darum, diese Eröffnung möglichst oft, erstmal in kurzer Zeit, aufs Brett zu bekommen. Und dann fängt man an, diese Eröffnung zu spielen. Und dann merkt man nämlich schon vielleicht mal, ob einem das liegt oder nicht, diese Stellungen, die da entstehen. Und vielleicht hat man ja schon Varianten, wo man merkt, mit denen kommt man jetzt schon ganz gut klar. Und andere Varianten, wo man merkt, boah, nee, da weiß ich gar nicht, was man machen muss. Und dann kann man nochmal ein bisschen reingehen und gucken, was da gemacht wird. Entweder schaut man sich da nochmal ein Video an oder man kauft, ob man sich gleich einen Eröffnungskurs kaufen muss, weiß ich nicht. Das ist oft eher für professionellere Spieler oder dann auch für professionelle Eröffnungsvorbereitungen. Bei Lead Chess kann man ja auch in das Eröffnungsbuch reingucken. Einfach mal gucken, was andere Leute da spielen, damit man dann weiß, aha, so und so wird das gespielt. Und dann kann man wieder zurückgehen und einfach weiter Partien spielen. Und so kann man das nach und nach einfach machen, dass man immer, wenn man sieht, man kommt damit nicht zurecht, einfach mal gucken, was da gespielt wird, ohne dass man jetzt zu sehr, natürlich kommt man da in die Theorie rein. Ein bisschen Theorie braucht man sicherlich, aber umso weiter unten man ist, Niveau 1500 oder sowas, da braucht man jetzt nicht super viel Theorie. Man sollte eher versuchen, die Ideen zu verstehen und da ist es natürlich dann auch einfach mal hilfreich zu schauen, das ist dann im Prinzip noch der nächste Schritt, den man durchaus einbauen kann. Wie spielen das denn wirklich starke Spieler? Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Bei Lead Chess kann man, gibt es dann immer auch immer die stärksten Spieler, die diese Variante gespielt haben. Da kann man sich die Partien angucken. Bei Chessgames.com, glaube ich, findet man auch zu allen Eröffnungsspieler. Und es gibt natürlich zu fast allen Eröffnungen auch gewisse Spieler, die dafür, ja, standen das für diese Eröffnung, weiß ich nicht, für Französisch, irgendwie Wolfgang Uhlmann, für Karo Kahn, Karpov. Und da kann man sich mal angucken, wie die das vielleicht gespielt haben, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wo gehen die Figuren hin? Wo gehen die Figuren hin? Und wo spiele ich ungefähr? Das ist eigentlich das Wichtigste bei dieser Eröffnung hinterher ist, dass man, wenn man diese Eröffnung spielt, dass man ungefähr, ja, eine Ahnung von der Theorie hat. Aber wenn man dann rauskommt aus der Theorie, weil der Gegner was anderes macht, ist das Wichtigste, dass man selbst weiß, was ist mein Plan? Wo spiele ich? Spiele ich am Damenflügel? Spiele ich am Königsflügel? Versuche ich eher anzugreifen? Versuche ich hier gegen den schwachen Bauern zu spielen? Und vielleicht so ein paar, wo kommen ungefähr die Figuren hin? Weil es gibt genug, sagen wir zum Beispiel Königsindisch, sag ich mal als Schwarzer, selbst wenn man da die Pläne kennt, wenn man da die Figuren mit dem wenigen Raum, den man manchmal hat, nicht richtig hinstellt für so einen B5-Vorstoß, dann ist auch einmal die Stellung richtig, richtig schlecht auf einmal. Nur weil man nicht wusste, dass man hier eher Springer A6 und Springer C7 spielt, um B5 vorzubereiten, dann stellt man den Springer von mir aus irgendwie nach D7 und auf einmal schon hat man als Schwarzer keinen richtigen Plan mehr, dass man einfach mal sowas in Kombination sieht. Also wo kommen ungefähr die Figuren hin und wie lautet ungefähr der Plan? und damit ist man eigentlich schon bestmöglich ausgestattet, um so eine Öffnung zu spielen. Viele machen, glaube ich, den Fehler, die stecken zu viel Zeit in Theorie rein und das wird man immer wieder feststellen, man kriegt das sowieso nicht aufs Brett. Ich meine, Eröffnungen machen einfach Spaß. Es macht natürlich auch Spaß, sich mal unterschiedliche Eröffnungen anzuschauen, aber wenn einem das Spaß macht, gerne, aber für die Schachverbesserung gibt es auf jeden Fall bessere Methoden, seine Zeit zu investieren, nämlich zum Beispiel in Taktiktraining. Okay, ja, trotzdem klasse Tipps und manchmal ist es auch einfach so, dass man keine Lust mehr hat auf eine Eröffnung, weil man denkt, ja, irgendwie steht man immer ungünstig oder passiv oder was auch immer und dann will man was Neues und dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, wie man das anstellt. Also, danke für die Tipps. Ein Video habe ich noch und zwar hat das den Titel, wie man seine eigenen Schachpartien analysiert. Ich stelle mich jetzt mal dumm und sage, ja, das kann doch heutzutage die Engine für einen machen, aber du wirst mir da sicherlich widersprechen. Absolut, absolut. Ich habe hier ein Buch stehen, ich muss mal kurz, ich glaube, das heißt The Road to Chess Improvement von Alex Jemulinski und der ist, wenn ich mich nicht täusche, Großmeister auf eigenem Weg geworden. Der hat sich da wirklich da selbst hintrainiert und sein Hauptelement war die eigene Partieanalyse und das ist auch absolut logisch, finde ich, denn nur an der eigenen Partie sieht man eigentlich seine Probleme. Man sieht, was man gut kann, man sieht, was man schlecht kann, wobei ich korrigiere mich eigentlich, man selbst, ist die Frage, ob man das eben selbst schafft zu sehen, deswegen ist übrigens auch mein früherer Trainer hat hauptsächlich mit Partieanalysen gearbeitet und das mache ich genauso in meiner Trainerarbeit, dass ich sage, für mich sind Partien das Hauptfundament der Analyse, weil da sehe ich ganz klar, wo sind die Probleme des Schülers, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und so versuche ich das eben ihnen da zu helfen und die Frage ist jetzt, wie schafft man das selbst? Die Idee ist erstmal, dass man den Computer vollkommen außen vor lässt, vollkommen außen vor lässt denn der Computer, der zeigt einem vor allem taktisch, also taktische Fehler, dann sagt man, okay, ja, habe ich übersehen, dann kann man zweimal hin und her, über Herflie, drüber gehen und möglicherweise das als neues Muster aufnehmen, das ist natürlich ein Punkt, aber der Computer sagt einem natürlich nicht, warum, warum ist das, warum ist das jetzt hier verkehrt, warum ist das schlecht und seine Bewertungen, es ist ja auch unmöglich, das zu verstehen, oft als Mensch, warum dieser Zug jetzt besser bewertet ist als der andere, das hat manchmal eben auch taktische Gründe, die irgendwo versteckt sind, die man gar nicht sieht, deswegen jetzt hier meine Empfehlung, sie ist zeitintensiv, das ist immer das Wichtigste vorweg, man nimmt sich nach einer Partie und ich spreche hier vor allem aber von echten Partien am Brett, Langzeitpartien, weil bei Schnellschachpartien kann man das auch machen, aber da wird dieser Faktor, den ich gleich bespreche, ein bisschen weniger sein, nämlich auch die eigenen Ideen zu hinterfragen, bei Langzeitpartien hat man ja auch einfach viele Ideen und bei der eigenen Analyse geht es jetzt darum, dass man danach die Partie nochmal nachspielt für sich und da kann man sich dann erstmal Anmerkungen dazu machen, was hat man denn gedacht dabei, was hat man gesehen und kann auch nochmal seine Berechnungen auch aufschreiben, was hat man berechnet in der Partie und die Idee ist, das dann nochmal alles zu überprüfen, diese Empfehlung von dem Jabolinski ist, ist, dass man sich dafür doppelt so viel Zeit nimmt, wie man gespielt hat und da kommen wir jetzt zu dem Faktor Zeit, wenn man so eine Fünf-Stunden-Partie gespielt hat, würde das zehn Stunden bedeuten und dass man alle Sachen nochmal nachrechnet, man rechnet alle Sachen nochmal nach, man macht sich nochmal Gedanken über die positionellen Dinge in der Partie, macht natürlich aber auch zum Beispiel später dann so Sachen wie, dass man in der Öffnung schaut, wo ist es schief gelaufen und was man dann hinterher macht, man überprüft seine ganzen Berechnungen, viele Berechnungen kommen ja nicht aufs Brett, aber dass man die überprüft, dass man da zum Beispiel seine taktischen Sachen nochmal überprüfen kann, aber vor allem ist sowas wichtig wie positionelle Elemente, das kann der Computer natürlich nicht ganz einschätzen, aber dass man selbst auch Stellungseinschätzungen dahin schreibt, hier stand ich besser, hier auf einmal kippt die Partie und hier fange ich an schlechter zu stehen und wenn der Computer einem da widerspricht, dann kann man anfangen sich Fragen zu stellen, warum ist das so, warum denke ich, ich stehe hier besser und warum sagt der Computer, mein Gegner steht hier deutlich besser und da sind nämlich Faktoren, wo vielleicht die Stellungsbewertung einfach nicht passt, wo man einfach falsche Bewertungen hat, wo man irgendwie Sachen, seine eigenen Chancen aus irgendwelchen Gründen zu hoch einschätzt. Schön ist es natürlich auch, wenn man irgendwie stärkere Spieler kennt oder für sowas ist natürlich dann auch ein Trainer interessant, den man dann auch fragen kann und sagen, hey, hier, verstehe ich nicht, warum steht denn hier, war es besser und der einem das einfach mal erklären kann, weil wir, das Problem ist, man kann es ja nur so bewerten, wie man es selbst einfach, man wird die gleichen Fehler oft wieder machen. Das ist der Grund, warum wir auf einem gewissen schachtlichen Niveau irgendwann stagnieren. Wir haben immer die gleichen Gedanken und wir werden viele gleiche positionelle Fehler wieder machen, weil wir das gleich bewerten. Aber wenn ich damals das bewertet habe, dass hier mein schwacher Bauer gar kein Problem ist, in Wirklichkeit ist er aber ein großes Problem, dann werde ich das vielleicht wieder so tun und werde da immer wieder in meinen ähnlichen Gedanken bleiben und da, manchmal hilft es da sehr, wenn man Input von außen bekommt und einfach mal eine ganz neue Idee dazu bekommt, wie man sowas bewertet. Also, um es kurz zu machen, es ist einfach ein sehr intensiver Prozess mit dem, und es geht einfach darum, dass man Zeit investiert in die eigenen Partien, das zu hinterfragen, was man da gemacht hat, um möglicherweise eben auch seine Schwachstellen so ein bisschen zu erkennen, wo hat man Probleme und daran dann vielleicht zu arbeiten. Ja, wow, also vielen Dank für deine Tipps. Ich verlinke die Links zu den YouTube-Videos natürlich unter dem, unter dem Podcast-Video auf YouTube, dann könnt ihr, liebe Hörer, euch das alles nochmal ausführlich anhören, aber vielen Dank, da wird es soweit. Ja, zurück zu deinem Kanal. Was ist eigentlich dein erfolgreichstes Video? Weißt du das? Ja. Dein am häufigsten angegucktes, oder schämst du dich dafür, wenn das so? Ja, wir kommen jetzt zu dem Thema sozusagen virales Video, das ist sozusagen mein, im kleinen Kreis, virales Video. Ich habe da ein Video zum Nackmann, so ein Gambit gemacht, das habe ich, ich weiß es noch genau, ich habe das damals beim Kanal von Jonathan Schrantz gesehen und ich fand es einfach echt ganz cool, ich habe es mal nachgespielt und diese Varianten, die da entstehen, entstanden sind, fand ich echt richtig, richtig cool. Auf einmal, Schwarz war in einigen Varianten echt schnell verloren, was ich nicht geahnt habe, das hat mir als Dogfish gezeigt und ich fand das so cool, dass ich dachte, ich mache dazu ein Video und das war, da war ich jetzt auch noch nicht so lange dabei und jetzt zum Thema Schäben, ich schäme mich nicht dafür, aber ich habe da schon so ein bisschen dick aufgetragen, habe dann irgendwie so ein bisschen Clickbait-mäßig, das beste Gambit der Welt und das Video habe ich an einem, ja, ich habe das Video nachmittags gesehen von Jonathan Schrantz, habe abends dieses Video gemacht, relativ schnell, das war jetzt kein großer Aufwand und da habe ich einen Trend getroffen, weil dieses Nackmann-Song-Gambit dann irgendwie durch dieses Video von Jonathan Schrantz, was er durch die Decke ging, englischsprachiger YouTuber, der so viele Gambits und so macht, da habe ich diesen Trend getroffen und dieses Video ist dann relativ schnell und steil angelaufen, aber ja, es ist eigentlich nicht so repräsentativ für meinen Kanal, weil ich da eben, wie gesagt, das beste Gambit der Welt und das ist ja eigentlich nicht so meine Art und auch ein paar Gambits habe ich gemacht, weil ich das einfach ganz nett finde, aber eigentlich versuche ich den Leuten ja ein bisschen was beizubringen und deswegen finde ich es eigentlich so ein bisschen schade, dass das mein erfolgreichstes Video ist und nicht irgendein deutlich lehrreicheres Video, weil möglicherweise manche Leute, die mich dadurch entdecken, abgeschreckt werden, könnte ich mir vorstellen. Das hat auch wahrscheinlich die mit meisten negativen Bewertungen, Daumen im Vergleich zu allen anderen Videos. Ja, das ist ja oft so bei den erfolgreichen Sachen, die einen lieben es und die anderen finden es nicht so gut, aber ja, dieses Nagmansongambit, das gehört ja zu den, ja, ich nenne es mal Internet-Gambits, die in den letzten ein, zwei Jahren wirklich populär geworden sind, wie zum Beispiel auch das Stafford-Gambit, da hast du auch ein Video, dein fünft, nee, dein Sechst-Beliebtestes ist das zum Stafford-Gambit, dann gibt es das Cherom-Gambit und so weiter, du hast auch Videos zu klassischen Gambits gemacht, also Mora-Gambit, Evans-Gambit, warum sind die Leute alle so wild auf diese Gambits? Ich verstehe es nicht. Und dann auch noch auf diese Internet-Gambits, also die, ja, ich habe in meiner Facebook-Gruppe mal gefragt, was davon zu halten ist und da sind ja auch viele IMs und GMs und die sagen, man soll eigentlich lieber was Vernünftiges spielen, also warum sind trotzdem immer alle so heiß auf Gambits? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, was ich auch gemerkt habe, ist tatsächlich, dass allein, wenn man schon so ein Gambit im Video hat, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass es tatsächlich ein bisschen besser läuft. Ja, ich denke, so ein Gambit verspricht einem manchmal so wie so der schnelle Weg zum schnellen Geld, so der schnelle Weg zum schnellen Sieg, weil wenn es der Gegner nicht kennt, dann fällt er ja bei vielen dieser Gambits ziemlich schnell hin und verliert ziemlich schnell und gerade, ja, durch einen Gambit bekommt man eigentlich fast immer Angriffschancen und ich meine, dafür spielen auch die meisten Leute Schach, sie wollen angreifen und gerade umso weiter unten man ist im Bereich, umso weniger ist das Material ja, also da sind ja Materialdifferenzen noch nicht so gewaltig, wenn da ein Bauer oder auch mal zwei Bauern weg sind, auch dieser Faktor wird da einfach viel, fällt da viel geringer ins Gewicht und deswegen denke ich, ist es einfach attraktiv, weil man bekommt seine Angriffschancen, man bekommt Chancen auf einen schnellen Sieg und ich finde, es macht einfach Spaß, also ich finde, Gambits machen schon Spaß, man muss das jetzt trennen von Empfehlungen, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt einen jemanden habe, der da sitzt und sagt, er will ernsthaft sich so und so verbessern, was sollte er machen, dann würde ich ihm jetzt nicht empfehlen, du sollst Gambit spielen. Auch nicht das Panda-Gambit? Ne, das ist, das kriegst du sowieso nicht aus Brett, das ist ziemlich spät, ich habe es durch, das fände ich aber spannend, Doc, ich habe jetzt gemerkt, also ich meine, ich habe einfach zu E4, E5 eine ganze Menge Videos gemacht und da bin ich einfach so Sachen durchgegangen und habe gemerkt, dass das neue Stockfish oder jetzt mittlerweile gibt es ja 13, aber das 12er, viele neue Ideen findet, auch in klassischen Gambits und da habe ich einfach so ein Gambit gefunden, da im nordischen Gambit, es ist klar, also wenn Schwarz was kennt, dann bleibt er, zeigt er irgendwie so 1,5 oder so für Schwarz an, aber er muss das ziemlich genau spielen und ich fand das auch einfach nur spannend, weil es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, als ob Weiß viel für so eine Figur bekommt, aber er bekommt tatsächlich einiges, aber auch Weiß muss das ziemlich genau, selbst wenn Schwarz fehlgreift, muss Weiß noch das sehr genau spielen, das würde ich keinen empfehlen, ich fand das einfach nur ganz witzig, dass ich das entdeckt habe, also wenn, andererseits würde ich jetzt auch keinem davon ab, also wenn jetzt jemand schon sagt, er spielt schon ein Gambit und kommt damit ganz gut zurecht, mein Gott, das kann man erstmal weitermachen, davon würde ich jetzt keinem unbedingt abraten, zu sagen, hör auf jeden Fall auf damit deine Gambit zu spielen, außer es sind so eine Sachen wie das lettische Gambit oder Jerome Gambit, also jetzt Sachen, die jetzt wirklich völlig ab vom Schuss sind, sage ich mal, aber es gibt ja genug Gambit, sowas wie das Königsgambit und Co., die jetzt nicht, oder das Evans Gambit, die absolut spielbar sind, auf einem, bis auch ein bisschen hohem Niveau fast eigentlich, aber mindestens im mittleren Niveau. Okay, ja, wir haben noch ein, zwei Themenkomplexe, aber noch eine letzte oder vielleicht vorletzte Frage, weiß ich noch nicht, zu deinem YouTube-Kanal, ich würde gerne noch über die verschiedenen Formate sprechen, die du da hast, also wir haben bisher jetzt nur von Videos gesprochen, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die du machst, es gibt den Panda Talk, den Panda Cup, das Sub-Battle, den Strategie Samstag, klär uns doch mal auf, was, was, wo, wo geht's hin bei deinen Formaten oder was ist dein, deine Ausrichtung zukünftig, wo legst du Wert drauf, auf, auf welche, welche Themen und, und Formate? Auch eine sehr gute Frage, weil ich dir darauf jetzt keine ganz klare Antwort geben kann, ich habe angefangen mit, ein paar Endspiel-Videos und habe dann relativ früh diesen Strategie Samstag für mich entdeckt, weil ich das einfach spannende Themen finde und gerade merke, ja, ich sage jetzt mal so was, 13.000 bis 1700, spreche ich mal vom mittlerer Bereich, vielleicht eher sogar ein bisschen weiter unten, dass da gerade strategische Themen natürlich oft sehr brach liegen und gerade so Thema wie schwache Bauern und sowas, das sind ja eigentlich die ersten strategischen Themen, mit denen man dann so wirklich in Berührung kommt und wo man sein Spiel vielleicht nicht unbedingt nur verbessern kann, aber auf die man einfach mal ein bisschen achten kann in seinen Partien und deswegen habe ich angefangen mit diesem Strategie Samstag und da waren für mich die ersten Themen ganz, ganz klar, da habe ich halt isolierte Bauern und hängende Bauern, Isolani und rückständige Bauern und, 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 Läuferpaar, Läufer gegen Springer, offene und geschlossene Stellungen, dann sind mir dabei die Themen ausgelaufen und ich habe mittlerweile, wie du es gesagt hast, so einige Serien angefangen, aber ich habe jetzt nicht die klare Ausrichtung, dass ich sage, mein Kanal ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall weiter immer Öffnungsvideos, auf jeden Fall Endspielvideos, was mir einfach wichtig ist, dass die Leute was lernen dabei, also ich werde auch mal ein paar Videos machen, wo ich einfach was Interessantes gesehen habe oder die auch mal zur Unterhaltung dienen, aber der Hauptfaktor ist ganz klar, die Leute sollen bei mir was lernen und was auch immer das Format ist, das ist das Ziel und dementsprechend werde ich mich da sicherlich auch ein bisschen anpassen, und ich stelle auch immer mal wieder Umfragen an meine Nutzer, was die denn gerne sehen wollen und deswegen bin ich selbst gespannt, wo dann dieser Kanal genau hingeht. Es ist ja, so wie du es gesagt hast, über 200 Videos, irgendwann muss man ja auch gucken, dass man eben noch Themen findet, gerade wenn man nicht so viel Partieanalysen macht. Ich mache ja nicht so viele Partieanalysen von aktuellen Turnieren, wenn man die macht, dann hat man natürlich immer aktuellen Stoff, aber das ist eine Sache, da wo ich denke, das will ich mir eigentlich auch nicht anmuten. Dafür bin ich schachlich doch zu schwach, müsste mir dann im Prinzip auch die Kommentare von anderen Großmeistern dazu anschauen, um manche Sachen vielleicht noch ein bisschen zu besser zu verstehen und letzten Endes kommt da vieles, ja, es ist auf so hohem Niveau und dass die klaren schachlichen Ideen oft gar nicht mehr so rauskommen und deswegen finde ich da auch den Lehrwert oft geringer heutzutage von diesen aktuellen Partien. Sie sind spannend zu verfolgen, aber zum Lernen, denke ich, gibt es da eben bessere Formate und deswegen, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Hm, wir sind gespannt. Ja, ein wiederkehrendes Format oder Motiv bei dir ist auch, du hast es vorher schon so ein bisschen erwähnt, dass du gegen andere Streamer spielst, also ihr tauscht dann da auch sozusagen Zuschauer aus und wachst dadurch beide. Das hast du schon mit den großen Kanälen gemacht, also Hushy und The Big Reek, aber auch mit Kanälen, die kleiner sind als deiner, Raphael Kloth, Sascha Wiegmann, Orca Chess, ich glaube Kugelbuch fehlt dir noch, das wäre mal was nebenbei gesagt, aber was können wir denn da noch erwarten? Welchen Streamer zauberst du als nächstes hervor? Das ist eine gute Frage, also ehrlich gesagt, habe ich ja mit den großen bisher eigentlich gar nichts groß, also ich wurde zu diesem Streamer-Turnier eingeladen, beziehungsweise hatte mich Niklas sogar irgendwie gefragt, warum ich nicht dabei bin. Es gab jetzt mittlerweile schon zweimal dieses große Streamer-Turnier, wo ich als schachlich deutlich schlechtester Spieler reingerutscht bin und das war auf jeden Fall natürlich für meinen Kanal eine gute Sache, aber auch als Schachspieler war das natürlich super gegen Leute wie Big Week und Niklas und letztes Mal sogar gegen Arkady Neidich und so zu spielen, aber sonst habe ich bisher mit denen wenig gemacht und habe die bisher auch noch nicht groß angefragt, aber ich denke, mittlerweile sehe ich das eben auch als ein bisschen trotzdem Glück an, dass ich mittlerweile diese 4000 Abonnenten erreicht habe und davon möchte ich auch ein bisschen was zurückgeben und habe dementsprechend eben auch immer so ein Auge, was es denn da für kleinere YouTuber gibt. Habe ja auch mal so ein Turnier organisiert, wo da nur so neuere YouTuber dabei waren. Mittlerweile gibt es ja mehr, deutlich mehr Streamer als, glaube ich, die einfach streamen, weil das einfacher ist von der Hürde, einfach sich so ein Mikrofon hinzustellen, Kamera und ab geht's, man spielt Schach, als so YouTube-Videos zu machen und da mein Fokus aber weiter auf YouTube liegt, muss ich schauen. Wenn mir jemand vor die Füße läuft und ich muss den aber, ich muss den sympathisch finden und ich muss auch für mich, es muss auch was sein, wo ich sage, ja, der macht was, der bringt den Leuten was bei. So zum Beispiel wie der Raphael Klot, finde ich, der hat einfach dann eine ganz klare Lücke, weil er einfach ein schwächerer Spieler ist als viele andere mit 17, 1800, also viele auf YouTube und damit einfach nochmal eine ganz andere Art und Weise hat, darüber zu sprechen und ist auch sehr anfängerfokussiert, macht die Videos sehr, sehr ruhig, irgendwie komplett ohne Werbung und sowas, alles sehr angenehm und deswegen, ja, habe ich sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Mit dem Orca-Chess harmoniere ich irgendwie sehr, sehr gut, also das könnte ich mir auch so auf echter Ebene vorstellen, das macht sehr, sehr viel Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten und deswegen weiß ich noch nicht, wer da auf die Bühne kommt, wen ich vielleicht mal sehe, wo ich sage, ja, passt und den stelle ich dann gerne meinen Leuten vor, weil ich denke, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, letzten Endes kann ja jeder zehn oder hundert YouTube-Kanäle abonniert haben und wenn da irgendeinem dann sagt, er gefällt mir nicht mehr, dann geht er woanders hin, wunderbar, letzten Endes für das Schach ist ja was Gutes, diese Vielfalt an Kanälen. Absolut, ja. Ja, ich würde gerne noch ein paar weitere Facetten von dir beleuchten, es gibt ja nicht nur den Schachpanda, sondern auch den David Riemal. Ja, neben der Tatsache, dass du Schachspieler, Schachtrainer bist, bist du auch Familienvater, du bist Software-Tester, habe ich mir aufgeschrieben und das für mich Spannendste oder ja, vielleicht Ausgefallenes, vielleicht ein starkes Wort, aber du bist auch Trauredner. Wie kommt man denn auf die Idee, Trauredner zu sein oder vielleicht fängst du erst mal damit an, das zu beschreiben, was das eigentlich ist? Ja, genau, das ist eine gute Idee. Mittlerweile, freie Trauungen sind sehr im Trend, mittlerweile sind glaube ich die Zahlen aber über 10% der Trauungen, dass sie nicht mehr in der Kirche stattfinden, sondern eben eine freie Trauung gehalten wird. Das ist, ich sag mal, das Idealbild, was man da kennt, sind vielleicht irgendwie aus irgendwelchen kitschigen Filmen die Trauungen am Strand, wo dann mit, wo die dann durch so einen Bogen gehen und durch den Sand gehen. Ganz so sehen die meisten Trauungen nicht aus, aber so ähnlich. Letzten Endes geht es darum, dass die Leute oft, heutzutage natürlich nicht mehr in der Kirche sind oder damit nichts mehr am Hut haben mit Glauben und trotzdem, es wird wieder mehr geheiratet und die Leute wollen auch wieder mehr ihre Hochzeit feiern, auch jüngere Leute und diese Kombination führt dann eben zu diesem Trend der freien Trauungen, wo man einfach seine Trauung komplett lösgelost von der Kirche macht und dafür braucht man eben einen freien Redner. Das Wichtige ist erstmal, ich habe keine Legitimation für die Eheschließung, das passiert vorher im Standesamt, das heißt, das wird oft vorher ganz klein gehalten und die eigentliche Hochzeitsfeier findet dann eben im Rahmen dieser freien Trauung statt und was das Besondere daran ist, ist es 100% individuell. Also ich schreibe meine Rede, die ich da halte, von Null auf, komplett auf dieses Pärchen abgestimmt. Anders als, weiß ich nicht, im Standesamt oder in der Kirche, wo natürlich logischerweise aus Zeitgründen mehr oder weniger Lückentexte genommen werden und ein paar ihnen persönliche Infos mit reingehauen werden, schreibe ich eben die Rede so, dass es 100%ig das Paar ist. Letzten Endes ist der Großteil natürlich die Geschichte des Paares, wie haben sie sich kennengelernt, wie war der Antrag und aber auch nach dazwischen einfach, dass diese Menschen rauskommen. Was sind das für Menschen? Was ist das für ein Paar? Dauert meistens so 45 Minuten und findet oft eben natürlich jetzt im Sommer einfach draußen statt. Da kann man natürlich tolle Locations wählen, stellt da ein paar Stühle hin, auch irgendwie so einen Traubogen und dann gibt es oft noch so ein kleines Ritual, da kann man machen, was man möchte, wenn man irgendwie ein Pärchen hatte zum Beispiel, die wollten danach mit dem Bulli verreisen und dann kamen Gäste nach vorne und haben Stecknadeln reingesteckt auf eine Europakarte und da mussten sie dann langfahren danach und das kann man wirklich 100% individuell gestalten, so wie auch die Musik am Anfang und sonst was. Und wenn jetzt ein Pärchen sagt, der und der Teil der Geschichte soll rausgehalten werden oder ich soll das und das erzählen, dann mache ich das, wenn das mal so sein sollte und ja, das ist eben dieser Trend der freien Trauung und das nimmt, wie gesagt, deutlich zu, also hat es natürlich vor Corona jetzt natürlich nochmal ein schwieriges Thema, aber ja, mache ich ja Gott sei Dank nur nebenberuflich. Ich habe da auch mal geguckt auf Google, da hast du acht Rezensionen in dieser Eigenschaft als Trauredner, alle mit fünf Sternen und es stehen auch nur positive Sachen da, also das scheint ja auch wirklich Spaß zu machen und ein bisschen ist es ja ähnlich wie beim YouTube-Kanal, dass man da einfach auch halt sich über das positive Feedback auch freut, das ist ja der Antreiber eigentlich. Absolut, absolut und das ist einfach sehr, sehr schön, weil man, auch bei den Gesprächen mit den Paaren, man redet eigentlich nur über schöne Sachen, man redet 95 Prozent der Zeit war ja meistens was Gutes in der Geschichte des Paares und da redet man drüber und dann feiert man mit denen gemeinsam und alle sind gut drauf und es ist einfach was Schönes und da stecke ich aber auch schon auch mein Herzblut rein und rechne zum Beispiel auch nicht groß nach Zeit oder sowas ab. So ein professioneller Trauredner, der muss eben schon gucken, wie viel Zeit er in jedes Pärchen sozusagen steckt, weil er natürlich dann viele, gerade im Sommer ist er natürlich Hochzeit, aber ich habe da den Luxus, dass ich mir das im Prinzip aussuchen kann. Ich kann mir sowohl aussuchen, wie viel Paare ich nehme oder ich könnte auch sagen, ja, nee, mit denen komme ich irgendwie nicht so klar, mache ich nicht. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und wenn ich denke, irgendwie mit dem Pärchen, komm, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, weil das müssen wir sein. Ich muss mit denen auf einer Wellenlänge sein, um wirklich eine Rede zu schreiben, wo dieses Pärchen rauskommt. Ja, in dem Video von dir auf deiner Homepage sagst du sogar, dass es dein Ziel ist, mit dem Paar befreundet zu werden. Also da merkt man schon, dass du da viel reinsteckst. Ja, mit Blick auf die Zeiten müssen wir leider allmählich zum Abschluss kommen mit ein, zwei noch allgemeinen schachlichen Fragen. Vielleicht, ja, zum allgemeinen Zustand des Schachs. Also es spielen immer mehr Leute online, Damen, Gambit, Boom und so weiter haben wir ja alles mitbekommen. Aber die Vereinsmitglieder werden immer weniger. Das Totenvereinssterben, will ich jetzt mal als vielleicht zu drastisch ausgedrückt, aber zumindest ein Mitgliederrückgang. Du selber bist ja jemand, der mehr so auf dieses Online-Schach sozusagen auch abzielt. Gleicht sich das, dieser positive Effekt der zusätzlichen Online-Spieler mit dem negativen Effekt der weniger Vereinsmitglieder, gleicht sich das für dich aus? Oder wie wertest du das für die, unterm Strich sozusagen für das deutsche Schach? Das ist natürlich, also für mich das echte, richtige Schach findet auf jeden Fall am Brett statt und im Vereinsleben und da freue ich mich auch wieder riesig drauf, wenn das losgeht, denn Schach hat für mich auch eine soziale Komponente. Also gerade, wenn man früh angefangen hat mit Schach und immer schon Schach gespielt hat, gibt es einfach eine Menge, sag ich mal, Schachfreunde. Also es gibt die Leute, die mit denen, es ist jetzt nicht so, dass ich die anrufe und sage, hey, wie geht's? Aber auf Schachturnieren sieht man sich immer wieder und mag sich und hat sich einfach schon viele Jahre gesehen und diese soziale Komponente auch zusammen in Mannschaft kämpfen und sowas, das ist nochmal etwas, was mir jetzt gerade absolut fehlt und deswegen, ja, für mich findet das richtige Schach dann eben schon am echten Brett und in den Vereinen statt und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt die Rechnung aufmachen, dass ich das aufhebe, aber man muss ja auch mal abwarten, dieser Boom ist ja jetzt auch hauptsächlich in der Corona-Zeit entstanden und man muss einfach mal abwarten, wie sich das auswirkt danach auf die Vereine. Ich lese auf jeden Fall immer auch mal wieder von irgendwelchen Leuten, die da irgendwo schreiben, egal in den Kommentaren oder sonst wo, dass sie nach Vereinen suchen oder gerne in den Verein gehen würden und ich denke, da können natürlich auch alle Schach-Streamer oder Schach-Influencer oder wie auch immer man sie nennen will, auch einen kleinen Beitrag zu leisten. In meinen Streams erzähle ich immer wieder begeisternd von Schach am echten Brett und Schach im Verein und mache das den Leuten ein bisschen schmackhaft und deswegen bin ich mal gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt wird da nicht jeder sofort in den Verein rennen, weil es natürlich im Internet einfach auch vieles bequemer ist, aber die Leute wollen ja auch Turniere spielen, die Leute wollen mal Turniere am echten Brett spielen und ich denke schon, dass da auch doch nochmal ein Trend kommen wird, dass die Leute auch, auch die jungen Leute jetzt in die Vereine gehen. Ja, das wäre schön und an die Hörer, die sich interessieren für einen Verein, geht auf die Seite schach.in, das ist eine Seite der Deutschen Schachjugend und da könnt ihr sehen, wo es Vereine in eurer Umgebung gibt. Genau, einen Satz möchte ich dazu noch sagen, eine Empfehlung, der ich auch selbst damals gefolgt bin, auch als ich in Berlin angekommen bin. Wenn ihr das macht, schaut euch ruhig einfach mal mehrere Vereine an. Es gibt nämlich, so wie du es gerade gesagt hast, so Vereine sterben aus, es gibt nämlich leider manche Vereine, wo einfach die Jugend nicht mehr nachgekommen ist, die einfach schon ein sehr hohes Durchschnittsalter haben und da ist es gerade als jüngerer Spieler dann manchmal doch ein bisschen schwierig. Da will man ja doch mit Gleichaltrigen öfter spielen und wo vielleicht das Vereinsleben, wo nicht mehr so viel los ist und deswegen schaut euch einfach mal ein bisschen um, schaut euch ruhig mal, wenn ihr mehrere Vereine habt, schnuppert da überall mal rein. Das ist ein Schach ganz toll, man kann da einfach überall vorbeigehen zum Vereinsabend, sich das einfach mal anschauen und dort, wo es euch am besten gefällt, könnt ihr ja öfters mal einfach hingehen und dann da vielleicht Mitglied werden, damit ihr auch wirklich einen Verein findet, der zu euch passt. Ja, guter Hinweis. Ja, David, ich denke, wir kommen zum Schluss. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben und mir ist auch deine Leidenschaft für das Schach auf jeden Fall nochmal klar geworden und auch dein Erzähltalent und dein Erklärtalent hast du auch nochmal unter Beweis gestellt und das ist einfach schön und ein Glücksfall, dass du das in den Dienst der Schachgemeinde gestellt hast und dafür danke ich dir recht herzlich und auch für deine schachlichen Tipps zu den Videos. Ja, traditionell bekommt ja mein Gast das letzte Wort. Wünsche, Beschwerden, Danksagungen, was möchtest du noch loswerden? Mir fällt jetzt eine Sache, also ein Wunsch im Prinzip ein, passend zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich mir nämlich auch mal kurz Gedanken gemacht habe, warum ich diesen YouTube-Kanal eigentlich mache und ja, einer der Gründe ist, dass ich einfach denke, ich kann gut erklären und kann was weitergeben und meine Einstellung, so ein bisschen Lebenseinstellung ist, dass jeder, der etwas kann, das einfach weitergeben sollte, jetzt unabhängig von den Zielen dahinter oder sowas, weil letzten Endes geben, wenn man Leuten etwas geben kann, das gibt einem selbst auch ungeheuer viel zurück und da stößt man einfach viel mit in Gang und man macht einfach auch irgendwie was Produktives, man tut was Gutes, man tut was Sinnvolles und deswegen mein Wunsch, den ich im Prinzip eigentlich an jeden Zuhörer mitgeben möchte, ist, überlegt euch das doch auch mal, wenn ihr etwas irgendwie könnt, was ihr irgendwie weitergeben könnt, überlegt euch das doch mal, ob das nicht irgendwie auf einem Weg, heutzutage gibt es da so viele Wege, das zu tun und ich kann nur sagen, das ist eine sehr bereichernde Erfahrung. Ja, wohlgesprochen, dann würde ich sagen, das ist das Schlusswort, viel Glück weiterhin dem Schachpanda und dir David persönlich natürlich auch alles Gute und ja, dann bleibt mir nur, dir noch einen schönen Abend zu wünschen und Danke zu sagen. Mach's gut. Vielen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.